Guten Morgen, schön, dass du dir Zeit für dich nimmst. Ich heiße Felix und die Meditation hilft dir dabei, den Grundstein für einen erfolgreichen Tag zu setzen. Ich wünsche dir einen guten Start in den Tag. Nimm zu Beginn eine bequeme Meditationshaltung ein. Und wenn du soweit bist, dann schließe deine Augen. Nimm drei tiefe Atemzüge. Atme tief durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. Nochmal tief durch die Nase einatmen. Und durch den Mund wieder ausatmen. Ein letztes Mal tief durch die Nase einatmen. Und die ganze Luft durch deinen Mund wieder ausatmen. Komm nun zu deinem natürlichen Atemfluss zurück. Atme ein. Und wieder aus. Beobachte, wie die Luft durch deine Nase ein- und ausfließt. Und vielleicht kannst du einen Temperaturunterschied wahrnehmen. Beim Einatmen fließt kühle Luft in deinen Körper. Und beim Ausatmen ist die Luft wärmer. Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Brustbereich. Nimm auch hier deine Atmung wahr. Beim Einatmen öffnet sich deine Brust. Und beim Ausatmen senkt sie sich wieder. Nimm die Bewegung wahr. Mit jedem Atemzug kommst du immer mehr bei dir an. Das Gefühl von tiefer Entspannung breitet sich in deinem Körper aus. Und ein neuer Tag wartet auf dich. Jeder Tag ist ein Geschenk. Das Wichtige ist, dass wir dieses Geschenk annehmen und es wertschätzen. Stell dir nun folgende Frage. Worauf liegt heute mein Fokus? Vielleicht hast du ein Ziel, das du erreichen möchtest. Und du kannst dir dein Ziel oder deinen Fokus wie den Gipfel eines Berges vorstellen. Und so ein Weg zum Berg kann manchmal anstrengend und herausfordernd sein. Stell dir bildlich vor, wie du dich voller Motivation auf den Weg machst. Schritt für Schritt kommst du der Spitze des Berges näher. Und du weißt ganz genau, dass es wichtig ist, sich seine Kräfte einzuteilen. Wenn du direkt losrennst und durchpowerst, wirst du es vermutlich nicht bis nach oben schaffen. Visualisiere, wie du mit Gelassenheit und Ruhe in Richtung des Berges wanderst. Du teilst dir deine Kräfte genau ein. Wenn du merkst, dass du eine Pause brauchst, dann nimmst du sie dir. Du trinkst genügend, du ernährst dich gesund, weil du genau weißt, was dir Energie gibt. Genau so achtest du auch heute auf dich. Oben auf dem Berg erwartet dich eine wunderschöne Aussicht. Du musst nicht erst oben ankommen, um zufrieden zu sein. Wenn du die Wanderung an sich nicht genießen kannst, dann verschwendest du deine Zeit. Stell dir vor, wie du auch am Anfang des Weges schon die schönen Dinge wahrnehmen kannst. Du kannst die Natur wahrnehmen, die frische Luft riechen. Du genießt den Weg und gehst ihn mit Leichtigkeit. Du freust dich oben auf den Berggipfel, aber du weißt, dass er auch nur ein Teil von dem Weg ist und beides zusammen gehört. Und Schritt für Schritt kommst du dem Gipfel immer näher. Oben angekommen, kannst du die wunderschöne Aussicht genießen. Du konntest den Weg bis hier oben genießen und deswegen fühlst du dich hier oben auch so gut. Und auch heute wirst du deinen Weg mit Ruhe und Gelassenheit gehen. Du freust dich auf deinen Weg und auf deinen Gipfel, der heute auf dich wartet. Beides gehört zusammen. Der Weg ist das Ziel. Und verinnerliche dir nun die Intention, den Weg mit Gelassenheit zu gehen und auf dich Acht zu geben. Beobachte dabei für den Rest der Meditation deinen Atem. Beobachte dabei für den Rest der Meditationen deinen Atem. Wir kommen nun langsam zum Ende der Meditation. Die Qualität deines Morgens bestimmt die Qualität deines Tages. Bedanke dich bei dir, dass du dir heute Morgen Zeit für dich genommen hast. Nimm noch einmal einen tiefen Atemzug und öffne beim Ausatmen wieder deine Augen. Schön, dass du dir Zeit für dich genommen hast. Ich lade dich ein, diese Meditation täglich in deine Morgenroutine einzubauen. Du wirst merken, dass du die Dinge mit mehr Leichtigkeit und Gelassenheit angehst. Welches Ziel hast du heute? Schreib es doch in die Kommentare unter diesem Video. Wenn dir meine Meditationen gut tun, dann lass doch ein Abo auf meinem Kanal da. Bis zum nächsten Mal, dein Felix